Oh, hier geht's abwärts. Alter, wenn du jetzt auf mich schießt, ist das natürlich so assi. Ja, aber ich schieße nicht auf dich. Ja, ja. Du hast doch bestimmt schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Nein. Klar. Nicht, während du am Abgrund stehst. Alter, du hast mich vorhin vom Abgrund geschossen, du Penner. Das war keine Absicht. Nö, nö. Nö, Entschuldigung, der Pfeil ist mir aus dem Köcher über den Pfeil in deinen Kopf gerutscht. Ja, genau so war das. Naja. Glaubst du mir? Ach, bestimmt. Ah, Katze. Cooler Sound. Oh, Daisy, geschädigt. Äh, apropos der Sieg ist schädigt. Da frage ich doch mal nach ein paar schönen Kommentaren. Am besten von unseren Bros. Bro! Vor allem von unseren offiziellen Bros. Der offizielle Bro, das ist ja eigentlich Noel. Ja, genau. Noel ist ein offizieller Bro. Ja, das... Tike ist ja ein Ober-Bro. Will der überhaupt diesen Titel haben? Wahrscheinlich nicht. Das wird ihm wahrscheinlich so Latte sein. Was mir wiederum gerade ein bisschen Latte ist, weil den Titel hat er halt. General Bro DK. Genau. Ähm. Aber ich frag trotzdem mal. Unsere offiziellen Bros. Wenn du den Sound von DayZ kennst. Den Mob-Sound von DayZ. Äh, äh. Nein. Haust mal in die Comments. Macht es Sinn... Macht es Sinn, äh... Ein paar Open-Sounds davon zu verwenden? Nein. Oder nicht so? Aus Sicht vom MS-74 sollen wir den Zombie-Sound auf gar keinen Fall verwenden? Nein. Das tun wir nicht. Weil da ist der MS ein bisschen Paranoid. Alter, ich hab mir bei den Werwölfen schon in die Hose geschissen. Und das ist der Grund, warum ich ein bisschen Sound-Spielereien machen möchte. Dass ich mir wieder in die Hosen scheiße. Ah ja? Oder ich integriere wieder eine Mod mit Werwölfen. Weißt du, was wir mal machen könnten wieder? So eine Höhlentour. Das ist natürlich auch mal eine coole Idee. Wir könnten eigentlich auch mal wieder eine schöne, fette Höhlentour machen. Wir haben zwar... Wir haben zwar einen Steinbruch, der uns hier unsere... Äh, du hast hier gerade den Weg verbaut. Was? Hier. Komm her. Okay. Äh, dann... Dann... Gucken wir nicht so auf den Arsch. Was? Oh, ja. Oh, yeah. Da ist der Master-Arsch. Der Master-Arsch. Geil. Der Master-Arsch. Das ist natürlich... Ich würde jetzt auch hier ein bisschen abbauen, aber das ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier abbaue und du stehst dann da und läufst dann rückwärts und fällst runter. Hm. Warte, 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 warte. Rückwärts falle ich nicht. Achso, du machst Shift. Ich bin im Sneak-Mode. Du Shift. Ich nicht. Alter! Das ist doch böse. Das ist sowas von böse. Na, wer hat denn mit der Scheiße angefangen? Oh, nein. Hier ist eine Mücke. Nein! Nicht die Mücke. Ich habe einen Mücken-Sound. Ich würde dir einen Schleich-Modus empfehlen. Guck mal, halt, 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 da unten ist noch. Ja, genau. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu voreilig. So, der MS muss ja da auch irgendwie wieder runter. Wie viele sind es denn? Äh, wo kann ich denn hier runter? Na da, auf der Erde. Ja, auf welcher? Ja, auf welcher? Alle dreien. Äh, eins, zwei, drei, ja. Da oben hängt noch was in der Luft. Ach, MS. Wo denn? Ja, das machst du schon. Was hat ein Minecraft-Bro? Hihi, I got it. Euer Schnieke. So. Im Hintergrund geht die Haustür auf. Meine bessere Hälfte findet sich ein. Das ist schon mal super. So, jetzt sind wir schon auf jeden Fall schon mal ordentlich verreckt. Ja. Mal amtlich gestorben. Du einmal, ich einmal. Bist du nur einmal? Ich bin, glaube ich, einmal da runtergefallen und einmal von dir abgeschossen worden oder so. Ah, cool. Sehr gut. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So soll das immer sein. Wupp. Oh. Erfresh Brieße. Aber wisst du, was wir jetzt mal machen? Mhm. Während der Steinbruch hier Steine bricht. Jumpen wir mal da oben hin. Zur Öl? Nee, hier so zu diesen... Dingenskirchen. Was ist denn bitte Dingenskirchen? Ja, diese Insel. Ach, du meinst die Schleiminsel. Hä? Äh, ja, ich glaube schon. Was hast du denn gemacht? Im Hintergrund wurde gehustet. Oh. Ich seh dich. Ich seh dich. Bleib mal stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Warte. Oh. Oh. Zoom mal ran. STRG, rechte Seite. Hab ich doch schon. Okay. Ich weiß doch, wie man Zoom... Ich erklär dir, wie man DayZ spielt. Und du brauchst mir nicht erklären, wie man Minecraft spielt. Okay. Hui. Nee, da geh ich jetzt noch nicht hin. Das bringt nix. Wollen wir die Schleiminsel abbauen? Später. Das weiß ich nicht, weil da spawnen ja so Königsschleime und sowas. Mhm. Äh... Was ist denn hier mit dem Sound los? Ist ja unfassbar. Au. 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 So. Alter. Das haben wir schon mal. Ich musste gerade mal was notieren. Schleim, Schleim, Schleim. Schleim, hi, Schleim. Deswegen würde ich die nicht abbauen, weißt du? Gehen wir doch mal aus dem Schwert. Ein Teil. Ich komm und plansche mit mir. Du, du, du. Ich plansche, plansche die ganze Nacht. Ich komm und plansche mit mir. Hey! Ha! Geil, oh, Mat! Oh! Schreit er sich, Bro! Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich doch nicht treffen. Du hast mich aber getroffen. Oh, Entschuldigung. Wieder nur ein halbes Herz und ich regeneriere nicht. Das ist doch scheiße. Das ist böse. Da, hinter dir ist ein Schleim übrigens. Ich hab kein Herz. Achso, der Kleine. Komm her. Ich hau dich mit Fleisch. Oh, ja, Fleisch hauen. Oh, ich peitsche dich. Oh, gut. Da oben ist wieder einer. Ja, kommt der nächste runter. Uh, Platsch. Das ist der Grund, warum ich die Insel vielleicht nicht abbauen möchte. Ah, dann bauen wir einen Zaun drumherum. Also unten. Ja, weil wir da nämlich unter Umständen... Obwohl, essbarer Schleim ist das. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass wir da richtig Dingens finden und so. Wie heißt das denn gleich? Hm? Richtigen Schleim. Für die klebische... Für die klebische... Äh, die Löbeldinger. Hm, hast du vielleicht falsch gedacht? Vielleicht. Vielleicht kann man den aber auch zu normalem Schleim machen. Weiß man's? Nee. Hm, wer weiß, was man damit machen kann. Eine Höhle. Nö. Okay. Oder doch? Nein. Oh. Eine Höhle. Oh, diese Höhle. Oh, hier werde ich bleiben. Und Kinder züchten. Was? Kinder züchten? Ja. Hast du eine eigene Kinderfarm? Ja. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder rauf? Keine Ahnung. Das habe ich mich auch schon gefragt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, du läufst mal einfach hinterher. Oha. Oha. Bis dann irgendwann wieder mal Nintendo gegen uns vorgeht, ja. Weil sie das ja auch schon so oft gemacht haben. Echt? Ja, klar. Bei uns gibt es so viel zu holen. So viel guter Rat. Gut der Fahrrad ist teuer. Was? Hör auf zu. Ich habe nicht gehust, sie haben mich geräuspert. Auch das geht von deiner Zeit ab. Hör auf damit. Ich darf hier machen, was ich will. Alles klar? Das finde ich. Nur weil du hier die Minderheit bist, heißt das nicht, dass du alles nahrst. Guck da oben. Guck. Gefälligst. Nach oben. Willst du mir den Hals gucken? Ja. Kannst du mir mal den Hals scheißen. Ähm. Moment. Okay. Puh. Ja, ist schon ein bisschen langweilig hier. Muss ich ja echt mal sagen. Ja, aber man muss halt gucken. Also das sind eins, zwei, drei. Ah, es könnte knapp werden mit der Versorgung. Für den Stein. Also. Ich bin dafür, wir schalten ihn wieder ab, machen irgendwas anderes. Ähm. Da bin ich gar nicht für. Warum? Also da bin ich überhaupt nicht für. Warum? Weil. Ich da überhaupt nicht für. Warum? Was nicht zuletzt daran liegt, dass wir die Rohstoffe brauchen, du Vogel. Speziell Eisen. Ja, laufen lassen kannst du nicht. Klar kannst du ihn laufen lassen. Äh. Die Pumpen. Die hören auf zu pumpen. Und irgendwann explodieren die Motoren. Dann stell ein Schanklo da auf. Ich hab keinen. Dann baue einen. Bau du einen. Äh. Nö. Du musst das machen. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Nö. Äh. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch, doch, doch. Oh, ich hab wieder Platz im Inventar. Toll. War auch nicht wirklich viel. Haben wir eigentlich für gehärtete Erde im Lager einen Barrel? Äh. Ja. Okay. Müssten wir haben. Okay. Sag mal, willst du mich jetzt hier alleine lassen oder was? Wie kommst du denn auf die Idee? Keine Ahnung. Kenn nicht. Dann kennst du mich leider schlecht. Wächst wahrscheinlich. Das ist ein süßer Unkenntnis dessen, dass ich ja noch da bin, weißt du? Bist nicht hier. Wo bist du hin? Was? Das was nervt schon, oder? Weiß ich nicht. Bro. Nervt auch. Bro? Nein. Bro kann ich ja. Das ist eine Legende. Stimmt. Eine Lebende. Ja. Also wie ich. Ich bin eine lebende Legende. Nein. Doch. Ich wäre schon längst in Rente, wenn ich nur jemanden fände, der den Job machen könnte. Was? Denn am Ende, da muss es einen geben. Doch. Noch bin ich das. Warum bist du eigentlich am Leben? Geiler Text. Was? Wer ist am Leben? Ach, nix. Ist okay. Okay. Wieso behauptest du, dass ich nicht da bin? Muss ich erst wieder zu dir zurücklaufen, damit du mitkriegst, dass ich noch da bin. So will ich das sehen, genau so. Es tut mir leid. Auf die Knie und Blas und Vergebung. Warte, warte, bleib. Geh weg. Komm her. Ich versteck mich hinter der Kiste, du kriegst mich nicht mehr. Das ist schon immer so. Das ist schon immer so. Ich komme immer mit dem Knall. Oh nein, es sumpft wieder. Hinter dir. Vorsicht, hinter euch. Kennst du das? Nee, kennst du das? Irgendwoher kenne ich das. Äh, LG in der Haus. Wow! Ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Ich hatte eigentlich den Creeper im Visier. Jo.